Mit Padlet steht ein weiterer Dienst zur Verfügung, den ich sehr gerne in meinen digitalen Bildungsangeboten nutze. Was Padlet genau ist, wie die Grundfunktionen sind, erkläre ich in diesem Video. Mein Name ist Tobias Albers-Heinemann und ich wünsche Ihnen viel Spaß. Padlet ist im Prinzip eine digitale Pinnwand. Und unter padlet.com kann man sich registrieren. Es gibt einen kostenpflichtigen und einen kostenlosen Account. Der kostenlosen Account ist auf die parallele Nutzung von drei Padlets beschränkt, hat aber den gleichen Funktionsumfang wie der kostenpflichtige, in dem aber zusätzlich noch die Padlets in Ordnern verwaltet werden können. Schauen wir uns Padlet einfach mal an, um uns hier einen Überblick zu verschaffen. Nachdem wir uns registriert haben und angemeldet haben, können wir ja direkt ein Padlet erstellen, indem wir auf den roten Button klicken und haben jetzt hier eine Vorauswahl von Vorlagen, die uns einfach den Einstieg auch nochmal erleichtern. Mit einem Klick auf Vorschau können wir uns anzeigen lassen, wie diese Vorlagen nachher aussehen, wie so die Grundfunktionen sind. Und hier sind auch schon mal ganz elementar Unterschiede sichtbar, so von Mindmap-Struktur, so Chat-Struktur, wie wir es aus Messenger kennen, oder auch so eine Regalstruktur. Regalstruktur heißt, es gibt oben Überschriften und unten drunter kann themengebunden auch eingetragen werden. Ich möchte jetzt einfach mal zeigen, wie ich gerne bei meinen Veranstaltungen eine digitale Vorstellungsrunde organisiere. Ich wähle mir hierfür aus die Wand und kann jetzt schon anfangen, mein Padlet zu gestalten. Zuerst gebe ich einen Titel ein und eine Beschreibung. Bei der Beschreibung ist natürlich darauf zu achten, dass viele Nutzerinnen und Nutzer vielleicht nicht mit Padlet gearbeitet haben und erst mal, wenn Sie auf den Link klicken, in das Padlet kommen, eine Information suchen, was Sie hier überhaupt machen sollen. Also ein Aufforderungscharakter. Von daher nutzen wir die Beschreibung einfach, um diesen Punkt aufzugreifen, indem wir sagen, okay, tragen Sie sich ein, stellen Sie sich vor, um einfach einen Hinweis zu geben, was zu tun ist. Jetzt können wir das Padlet optisch noch ein bisschen anpassen, indem wir zum Beispiel ein Symbol auswählen, was dem Titel auch vorgestellt wird. Wir können auch Hintergrundfarbe ändern, Bilder aus den Vorlagen erstellen oder auch eigene Bilder natürlich auch hochladen, die wir dann entsprechend auch nutzen. Kommunikativ wird es im Aspekt Posten. Hier können wir nämlich jetzt festlegen, ob jeder Post einem Autor auch zugeordnet werden soll, also sprich, ob der Autorenname auch oben drüber steht. Macht natürlich nur Sinn, wenn die Leute dann auch einen Padlet-Account haben. Anonyme Nutzer, die Padlet-Nutzer, bei denen steht natürlich immer nur anonym oder auch Gast dann da. Also da gibt es keine Rückschlüsse auf die eigentliche Person. Dieser Punkt macht eigentlich nur Sinn, wenn es auch ein diskursives Format ist, wo auch durch Kommentare ein Bezug zu einer Person auch nochmal hergestellt werden soll. Kommentare finde ich ganz wichtig. Wir wollen ja auch die Kommunikation fördern in Online-Formaten, von daher auch die Möglichkeit bieten, andere Beiträge überhaupt mal zu kommentieren und in eine Diskussion auch mit einzusteigen. Wir können ermöglichen, dass Reaktionen auch nochmal mitgeteilt werden auf Kommentare und Beiträge in Form von Sternchen, Herzen oder Votes. Bei Abstimmen muss man sich allerdings auch klar machen, es gibt nicht nur den positiven Daumen nach oben, es gibt auch den negativen Daumen nach unten. Und je nach Setting macht das auch mal keinen Sinn, das zu nutzen. Von daher wähle ich mir jetzt am besten einfach hier das Gefällt-mir-Herzchen aus und gehe weiter zu Filtern von Inhalten, wo ich festlegen kann, ob eine Genehmigung erforderlich ist, sprich, ob ich als Administrator jeden Beitrag erst nochmal genehmigen muss und ob Obszönitäten gefiltert werden, also Schimpfwörter durch nette Emojis ersetzt werden sollen. Im Endeffekt war es das auch schon. Ich klicke oben auf Nächste und kann jetzt anfangen, das Padlet zu nutzen. Ein neuer Beitrag wird einfach durch einen Doppelklick in das Padlet oder eben durch das Plus-Symbol am Rande des Padlets auch erstellt oder durch die Eingabemaske, die in der Vorlage auch da ist. Wichtig ist jetzt aber, ich möchte das Padlet ja nicht nur für mich nutzen, ich möchte ja auch andere einladen, es auch zu nutzen und eben ohne, dass sie sich einen Account einstellen müssen oder sich irgendwo registrieren oder anmelden müssen. Hierfür klicke ich rechts oben auf Teilen und kann jetzt unter Datenschutz festlegen, ob das Padlet privat, passwortgeschützt, geheim oder öffentlich ist. Bei öffentlich ist es in der Tat wirklich öffentlich, das heißt, sämtliche Inhalte sind auch über Google-Suchmaschinen auch auffindbar. Auf geheim kommt man nur, wenn man eben diesen speziellen Link hat, über den das Padlet dann auch freigegeben wurde. Das heißt, ich wähle geheim aus und als Besucherberechtigung sage ich, ich kann schreiben, ich kann wählen zwischen kann lesen, kann schreiben und kann bearbeiten. Ich möchte natürlich nur, dass jeder selber schreiben kann und teile das dann im Prinzip. Ich kann jetzt direkt den Link in die Zwischenablage kopieren oder mir einen QR-Code erstellen lassen, der dann einfotografiert wird. Dann kann man das über die App auf dem Smartphone sehr gut nutzen oder man kann das Padlet auch über ein iFrame direkt in eine Webseite mit einbauen, für die, die die Möglichkeit dazu haben. Ich kopiere den Link jetzt mal in die Zwischenablage und öffne mal ein neues Inkognito-Fenster, um zu simulieren, wie es bei Menschen aussieht, die jetzt über den Link jetzt beitreten. Und man kommt jetzt da drauf und wie gesagt, mit einem Klick rechts unten auf das Plus oder ein Doppelklick kann man jetzt anfangen, einen Inhalt zu erstellen. Wie gesagt, das soll ja eine Vorstellungsrunde sein. Ich gebe einen Namen, schreibe etwas zu mir und habe dann auch die Möglichkeit, mit dem Pfeil nach oben einfach eine Bilddatei zum Beispiel von meiner Festplatte auch hochzuladen, um mir einen kleinen Steckbrief auch zu erstellen. Um zu sehen, was mit Padlets noch möglich ist, möchte ich einfach mal zeigen, für was wir Padlets sonst auch noch nutzen. Natürlich neben den Vorstellungsrunden sehr gerne verwendet, zum Beispiel auch für Sessionplanung bei einem Online-Barcamp. Hier ist nämlich möglich, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über den Link, ohne sich anmelden zu müssen, ihre Themenvorschläge einbringen, können die Themenvorschläge von anderen Personen kommentieren, voten, liken und die Administratoren können diese Vorschläge dann einfach nachher die Räume zuordnen, farblich neu markieren, wie es eben in das Veranstaltungskonzept auch mit reinpasst. Ansonsten nutzen wir das auch ganz gerne für Feedbackrunden. Das heißt, Feedbacks, was über ein Dot-Voting oder Sterne-Voting hinausgeht, Freitext-Feedback, was ein bisschen tiefer in die Materie geht. Hier geben wir mit der Vorlage Regal oben die Überschriften fest, in Form von Fragen, und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können dann unten drunter in Freitext schreiben, zustimmen und kommentieren, was einfach nochmal ein fundierteres und ausgewogeneres Feedback ergibt, als jetzt eben nur so ein reines Sterne-Voting. Padlet ist im Prinzip unheimlich vielseitig und wie bei anderen Tools liegen Grenzen auch in der eigenen Kreativität. Also von daher, ich bin mal wirklich sehr, sehr gespannt, welche anderen Einsatzszenarien ihr für Padlets noch so geben. Vorstellungsrunden, Themensammlungen, Linklisten, Zeitstrahl, etc. Ihr sonst das so kennt. Einfach gerne Vorschläge oder Ideen in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich alles Gute. Ich hoffe, ich konnte so einen kleinen Einblick erstmal über Padlet auch vermitteln. Ich wünsche viel Spaß beim Ausprobieren und bis bald. Macht's gut. Tschüss.